Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht. Na gut, dann gehen wir mal den Weg da entlang. Wir müssen anscheinend wieder raus. Ich denke mal da wieder am Brunnen oder was das war. Ja genau. Ach, sagt man jetzt bloß, dass die Gegner wieder kommen oder irgendwelche Typen? Ja war doch klar. Da kommen sie. Mit meiner fetten Schrottfunde hier. Ich sehe die Leute gar nicht, ich sehe nur Blut rumsprutzen. Ich kann die Leute sagen, ja. Oh, so wieder so ein fetter. Bam, bam. Aber alle haben diesen Barkeeper Kleidung an. Also von den fetten. Von den kleinen da. Und eine Pistole. Headshot. Und Granaten. Der sieht aus wie bei der Smorf. Oder bei den äh. Von den äh. Wie heißen sie. Fällt mir den Namen nicht ein. Wird die eh noch bei Sainsawolf hat sehen. Wird die eh noch bei Sainsawolf hat sehen. Ja nehmen wir die Akra 47. Ach und wie und vorsichtig. Das ist wichtig. Na gut ich. Ja, du kannst dich. Okay, ich 76. Ja, mach dich. Achst du nicht? Achst du nicht? Nein, da. Da, da. Mach dir die Schraub. Achst du nicht? Wie ich möchte, dass du... Oh, super, jetzt wieder rauf und los durch die Stadt. Ach scheiße, ey. Eine Taubungsspritze, oder irgendwie sowas. Das sind die Drogen. Oh, Drogen. Also, liebe Kinder, wenn man schon Drogen nehmen, dann seid ihr in dieser Welt hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Die hört immer eine Stimme, das ist auch sehr berauschend. Und jetzt sollen wir hier in der Stadt herum. Und jetzt versuchte uns mit zu beruhigen. Also, wenn sich die Welt bewegt, so ganz komisch, dann brauche ich ja keine Angst mehr haben, oder? Ach, wir sind im Kreis zu laufen, oder? Wie lange laufen wir jetzt noch hier durch die Gegend? Nein, nein, nein. Gib sie uns. Da geht's nicht durch. Gott. Ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er keine Angst haben würde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du das Lob hast. der ganz links ist forever alone Mr. Drake, of course there's such a real name, is it? but we wouldn't dwell on that mother commits suicide father surrenders son to the state of age 5 entrusted to the saint francis for his own the state? we have his state or something we have Texas nooo we already know he has the impregnance to find your own how do you know that? you told us Nathan seems your loyalty isn't as firm as you'd like to think it is what about his? what? what? what are you trying to follow? nothing it's just what? well we had you in our clutches for quite some time now and he hasn't exactly mounted a rescue he didn't wrestle with you back in Cartagena either he just saw something he could exploit i know what you're trying to do trust me victor is only ever image for victor it's a cold, cold fact i described it 20 years ago i'm surprised it's taken this long to figure it out is victor the place under äh i'm afraid to be afraid very very but ask yourself Oder Sully. Excellent. Ach doch, Sully. Ah, Halt! Ah, Halt! Ha, Ha, Ha! Tatsch mich nicht an! Na dann renn mal! Da folgen wir mal wieder diesen Typen. in sein... Oh... in sein Barkeeper-Outfit. vor allem warum stehen da taxis oder fahrzeuge da wo es überhaupt keine strafen gibt macht total keinen sinn zum glück nur mit der türseite und nicht mit der frontal drauf aufs köpfchen 4b4 haben wir keine zeit track ja super jetzt ist mein einer weg hin ja der ist ja auch schlau der springt genau in unserer nähe ja wir sind ja hart wie stein wir uns macht das nicht so ok hier war eine straße den da unten den macht es nicht aus dass sich dann ganz ganz gut auseinander genommen wird wir haben ihn fast ja war doch klar dass er da rand ach mann irgendwas sagt es mir dass wir da ins goldene fenster reinsprungen sollen was für was wie doof kann er denn nur sein warum rennt er da mal ins haus oh ja allerdings also wir waren schon wir sind über ein auto wir sind gegen eine tür gerannt wir sind auf dem auto geflogen und wir sind durch eine glascheibe geflogen ja jetzt sind schacken oder was wo ist denn denn ach da Oh, wir haben verloren Ach, na super Da ist er Ja, natürlich Und jetzt ist er weg Wir schubsen keinen, aber trotzdem sagt er Entschuldigung Okay, dann verfolgen Au Nummer 4, wir sind durch ein Durch Holzplanken gesprungen Und wir überleben noch Schüsse, äh, wir sind eindeutig Chaknas Nee Seilbahn Bam, Junge Au Komm, Drake Also wir sind fast ertrunken Au Das muss hart gewesen sein Und wir haben einen Holzbalken in die Fresse bekommen Eigentlich müssten wir schon längst tot sein Mhm, mhm, ich hab alles verstanden My friend My friend Gey oder gay? Nice guy Ich hab einen Also ich weiß nicht, ich hab dir was Ist das Ich habe mich eine Man kann ich auch nicht sagen Ich bin der Ich bin der Nach FERG Hallo Okay, okay. But, but, I can't tell you what I don't know. Maybe so. We'll see if your friend is more cooperative. What? Who? Who? Victor Sullivan? No. I don't want to do this. Maybe too much for him. Wait, wait. No, no, no. You have given me no choice. Maybe your friend would be more grateful for his life. Wait, wait. Leave Sully alone. You don't touch him. This is good. Fine, fine. Yeah, but. 12th. Entführt. No, no, no. I'll make a little pause here. Bye. Bye.